Ich glaube auch, hier nicht nur für mich zu sprechen, in unseren schlimmsten Albträumen, glaube ich, hätten wir uns nicht vorstellen können, dass sich so eine Tragödie bei uns hier im Konzern ereignen kann. Wenn Sie auch hören können, fangen wir mal ganz hinten an, bitte. Ich bin kein Jurist und möchte mich auch nicht auf ein Wort festlegen. Als Vorstand eines großen Unternehmens würde ich sagen, wenn ein Mensch 149 andere mit in den Tod nimmt, dann ist das für mich ein anderes Wort als Selbstmord. Aber are there regulations where a flight attendant, so you're confident in your pilots? I wish you understood my German, because I said twice and I repeated in English without any doubt. My firm confidence in the selection of our pilots, in the training of our pilots, in the qualification of our pilots, in the work of our pilots, has not been touched by this single tragedy. I don't see any need to change our procedures at this very point. I think it has been a single occasion, but as I mentioned before in German, we will get together with the various experts in the Lufthansa Group Airlines, in the authorities, with our German government to see if our procedures can be refined. But I think we should not now jump into short notice activities. We rather should refrain from that and make analysis first. But was there no procedure by which...